Und auf ein neues meine Freunde, seid gegrüßt, wir befinden uns in Waldtraken, natürlich in der Mitte, wo einmal geradeaus, da vorne der Flattertypi ist, rechts das Aktionshaus, weiter rechts hier das Gasthaus, hier einmal die Riesenhalle und hier die Bank. Um was soll es gehen, um die Schatzkammer, wo finden wir die Schatzkammer, wir gehen von der Mitte aus, einmal Richtung Bank, wenn wir einmal in der Bank sind, dann sofort rechts, und hier stehen wir schon, das ist die Schatzkammer, ich hoffe ich konnte damit euch etwas behilflich sein, wenn ihr sie noch nicht gefunden haben solltet, jetzt habt ihr sie, ich bedanke mich auf jeden Fall wieder hierfür, dass ihr eingeschaltet habt, macht es gut, ich bin raus und ciao. Ich bin raus, ich bin raus, ich bin raus.